Prozent 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 aber war da auch wirklich für also war da auch Trüffel drin ich meine 80 Post Euro EU-Bussehende die für die hinterherbauen er hat man wie das hier wieder aussieht Löchel die Hose ich werde dabei bleiben und stelle ich dieser Prozent was Bordel abnehmen die Stilie zu betrachten so verbunden ich kenne jemand der sehr gerne trüffel ist und bürger also ich esse gerne bürger aber bin ich bin überzeugt ich kann nicht sehen 2. Pump-Check connected und bereit zu pumpen Du machst gut Das ist Neus, du lebst! Ich glaube, ich habe eine Maschinenkontrolle von einem Glyph, das ist unser! Super! Ein weiterer Post! Wie gut ist es? Alle Pfeil- und Pump-Jagre-Tipps. Wir sind bereit, zu starten, die liquide Morkite. Zurück zur Refinierung und starte die Pump-Sequenz. Wir nehmen diese Spanke. Wir kommen dann noch mehr Leute rein. Woodblock, habe ich schon mal gehört. Wird sich nicht durchsetzen. Ja. Ich stelle immer die letzten Munition. Soll ich neue Munition holen? Äh, ja. Munition kommt. Komm Steve, bevor du schlagen wirst. Äh, ich bin gegnappt. Ich will dich auf der Abenteuerung. Zeit, um zu restocken. Der Foodtruck ist da. Juhu. Juhu. Was gibt's denn? Tacos. Ich brauch das. Blaue Bohnen und Granaten. Viele blaue Bohnen, um genau zu sein. Ja. Soll ich den Knopf drücken? Ich krieg den Knopf. Oh, schön. Ich bin den Knopf. Ah, schön. Ich bin den Knopf. Ich bin den Knopf. Die Knopf und alle Knopfwerke arbeiten auf hoher Kapazität. Bewärts, dass wir auf unsere Rohrfahrlego gar nicht mal so unstolz stehen. Keine Knopf drin. Wie sonst. Ja. Man kann einfach durchschauen. Oder der Verabschlag ist won. Ja. Apropos durchgriden. Ich grinde mal hier hinten rüber. Also... Hier ist nämlich schon kein Viecher. Hallo. Drei. Ach. Dann nehme ich hier zwei. Ich bin zuhause. Wo müssen wir das Pipeline? Ich bin die eins. Mhm. Das läuft ganz gut, Leute. Ja. Obwohl das Bleckchen nicht da ist, ja. Das ist einfach... Das sollten wir ihm lieber nicht sagen. Hm. Richtig. Ja. Wir auch. Äh. Ich stehe immer noch auf der 3. Ich bin immer auf der 1, weil ich hier so einen Spucke habe. Also... Ja. 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 Da ist sie. Da ist sie. Ich hab Feuerunterstützung gegeben. Danke. Helps repriert. Intubiert. 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 Streamlabs ist gruselich. Ja. Ja. So. Es soll ja auch ein einscheinend und Erlebnisse sein, hier zu sein. Warum muss ich denn Kitty mich nicht tanzen sehen? Ja, das ist dann so eine Art Stockholm oder so. Oder wie heißt das in dem Fall? Ich bin ja voll zugeschleimt worden. Oh ja. Einscheinend auf jeden Fall einsteigen. Definitiv. 3 ist fertig. Nämlich 2, wobei ich sie gefunden habe. Nämlich 1. Dann komme ich mal zurück und... Halte die Viecher davon ab, hier irgendwas zu tun. Wird 2 gefallen. Ja. Okay, ich gehe wieder auf meine 3 und stelle mich mal so hin, dass ich Dex Feuerdeckung geben kann. Feuerdeckung. Das ist doch gut. Oder Feuerschutz. Nee, ich will Feuerdeckung. Okay. Feuerdeckung kommt. Feuer in the Hall! Wow. Ich kann dich so weit werfen, sorry. Fertig. Nein, Steve, du rennst nicht durch das... Gut, er rennt nicht durch das Ding. Und der Refinery ist purring like a kitten. Once more. Purring like a kitten. Purr, purr. Bin, äh... Bin, bin geflügelt worden. Was, drehst du ne Runde? Ja, ja. Ich hab ne kurze Runde gedreht. Oh nein, Steve ist down. Nimm den weg, jetzt neuer. Wer? Von wo? Von da oben irgendwo. Oh, der ist weg. Oh, der ist weg. Den drei. Ich nehme wieder die Eins, wenn mich der Priftung gerne lässt. Ja, ich hab den zwei. Na komm, ich will da... Ich will nicht grinden, ich will Repairn. Er ist repariert. Ja, dann... Ist ein Darmwörgesprung. Drück's Clash, ja. Ja, drück mal. Ich komm mal näher ran, dann kann der Dropport nehmen. Ja, dann kann der... Du... Dust ... Dust... Dust... Danke! Ich finde das sehr faszinierend, wo die Farbe herkriegen. Oh, du warst die. Oh, nein. Die drei bringt euch zum Ziel. Die drei bieten uns ihre Hilfe an? Die drei bieten uns ihre Hilfe an, genau. Apropos Freitag, 20 Uhr. Geht's weiter mit Star Wars? Das war schön. Ja. Alles brennt. Habe ich extra für die... Die gehen, alles brennt fast. Wie sich das gehört. Mhm. Ich liebe den Geruch von Napalm am Feierabend. Irgendwann muss man hier einfach riechen. Mhm. Wir haben den Hasen mittlerweile... äh, zwischenzeitlich gefunden gehabt. Das ist ja schön. Dex hat den gefunden. Ja. Dex, der alte Bunny Terminator. Wollte ich grad sagen. Ja, da war ich auch. Ja. Ich hab ja auch das erste gefunden. Und meine Reden heute eh nicht mehr mit mir. Oh, ich hab ja gewogen. Ah, naja. Wie geht der noch? Fall in the hole! Ist ja zu dick, hast du ihn gesagt, oder? Nein, brauch ich gar nicht sagen. Ja, Justi ist zu dick, das ist schon richtig, aber das war ja schon immer von daher. Ja. Das ist doch gar nicht viel, das macht die anderen nicht zu dick. Das hat immer mehr. Das müssen eindeutig die dicken Gene sein, oder so. Mhm. Ja, der Knoppen. Oh, das ist toll. Wir werden jetzt viel besser machen. Verdammt. Hier steht immer noch zwei Biere. Eins ist meins. So, Moment. Komm mal. Da war ja was mit Bier. Mhm. Das war lauter Hasis, die Biere vergesst. Ja. Oh Gott, was ist das schon wieder für Mucke? Ich hab keine Ahnung. Ich hab's nur angemacht und es wird nicht besser. Oh, das hat den Platz. Jetzt passt mein Tanz dazu. Definitiv diesen. Verdammt. Du wolltest schon wieder ein neues Video machen. Ich doch nicht. Nein. Tanz Dex. Kitty ist auch dafür, dass du tanzt. Let's sleep! Ha. Drop sequence initiating. Fasten your seatbelts. Oh, yeah! Haha. Fr tahun kommtrin. uraloft. Teh. Nein.